Ich musste meine Krankheit akzeptieren und heute kämpfe ich nicht mehr gegen Diabetes, sondern ich habe mich mit ihm angefreundet und ich versuche das Beste daraus zu machen. Der Alltag eines Diabetikers unterscheidet sich nicht gross von einem Nicht-Diabetiker. Es kommt darauf an, was für eine Therapie man hat, was für einen Typ Diabetes man hat, ob das ein Typ 1 oder Typ 2 Diabetes ist. Eine Diabetesberatung ist ein Zusammenspiel zwischen drei Fachpersonen. Der eine ist der Diabetologe, die Ernährungsberatung und die Diabetesberatung. Zu einer Diabetesberatung sollte man gehen, wenn der behandelte Arzt so hohe Blutzuckerwerte festgestellt hat. Es geht darum, um Folgeschäden zu vermindern. Folgeschäden können sein, dass es die Blutgefässe angreift und zu Verengungen führt. Wichtig ist zu erwähnen, dass jeder Diabetiker das Anrecht darauf hat, von der Grundversicherung her bis zu neun Diabetesberatungen im Jahr. Das heisst, der Hausarzt oder der behandelte Diabetologe kann eine Anmeldung ausfüllen und das berechtigt über die Abrechnung von der Krankenkasse zu neuen Beratungen. Die Ernährung hat einen grossen Einfluss auf den Diabetiker. Einerseits muss er sich fragen, wie viel darf ich essen und auf der anderen Seite, was darf ich essen. Wie viel er essen darf, richtet sich nach Grösse und Gewicht und nach Ausmaß der körperlichen Aktivität. Was er essen darf, das ist natürlich komplex. Dafür kann er sich an die Ernährungsberaterin wenden. Das Übergewicht ist wirklich ein Problem. Es ist so, dass es tatsächlich schwierig ist, an Gewicht abzunehmen. Es gibt viele Methoden. Man kann es allein machen, man kann es in einer Gruppe machen, man kann nur Ernährungsmassnahmen treffen, Bewegung dazu intensivieren. Am erfolgsversprechendsten ist sicher, wenn man es ganzheitlich angeht, mehr Bewegung, gesündere Ernährung und das in einer Umgebung macht, die Spass macht. Bewegung ist auch wichtig, dass das Insulin, das von der Bauchspeicheldrüse ausgegeben wird, in der Peripherie wirkt. Das heisst, dass der Zucker überhaupt abgebaut werden kann. Diabetes ist wie ein stetiger Begleiter. Ich muss besonders bei körperlichen Aktivitäten aufpassen, dass ich nicht in einer Unterzuckerung komme. Durch den neuen Insulintypen kann ich fast alles essen, aber immer in Mass. Einen Diabetes-Erkrankten zur Lebensstilveränderung anzuregen, ist auch häufig schwierig. Manchmal kommen allerdings die Patienten und wissen, dass sie etwas verändern wollen. Wenn nicht, dann sind unsere Motivationsfähigkeiten gefragt. Wir müssen ihm Möglichkeiten aufzeigen, wie er, ohne an Lebensqualität einzubüssen, bei Lebensfreude einem seinen Lebensstil so verändern kann, dass er sich eben mehr bewegt, gesünder ernährt. Gerade die Programme, bei denen die Patienten in einer Gruppe sind, sind besonders erfolgreich. Dazu gehört das neue Diabetes-Rehabilitationsprogramm, bei dem Patienten während zwölf Wochen dreimal pro Woche mit anderen Diabetikern zusammen sich mehr bewegen, über gesunde Ernährung sprechen, über Diabetes-Einstellung sprechen. Diese Gruppenerlebnisse motivieren die Patienten wirklich etwas zu verändern und auch dabei zu bleiben. Auf Reisen ist insbesondere zu beachten, dass man sich gut vorher bei der Fachberatung informiert. Auf jeden Fall sollte der Hausarzt ein Dokument ausstellen, wenn es sich um Flugreisen handelt, ins Ausland, damit man eine Bescheidigung für den Zoll hat, damit man Medikamente, ebenfalls Material auch mitnehmen darf. Und vor allem auf Reisen ist die Häufigkeit der Blutzugermessungen meist höher. ciug clair! Das fight auch einer Frage. Highgelt für die Mama!